Hier präsentieren wir die 5 besten Sitzerhöhungen Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. OSA 104 145 211 Junior Isofixer Dove. Die jüngste Sitzhöhe Dunkelheit von OSA ist die Farbmischung schwarz und grau konzipiert. Die funktionalen Kunststoffabdeckung kann sein bequem losgeworden sowie Maschine reinigen. Mit einem Gewicht von 2,2 kg ist dieser Sicherheitssitz viel schwerer als gewöhnlicher, daher vor allem für den Einsatz in nur einem LKW entworfen. Die Armlehnen in Form von einem Cruisant mit Polsterung vereinfachen die Bandführung und ebenso erhöhen Komfort. Der Sitz ist etwas breiter 43,5 cm, weshalb größere Kinder besonders dieses Modell nutzen. Nummer 4. Barbie Blume Autositzerhöhung Kindersitzerhöhung Der Autositz ist in kontrolliertem Schwarz gemacht, Polyesterabdeckung in ein paar einfache Maßnahmen entfernt und mit der sehr einfach Behandlungsprogramm bei 30 Grad Celsius gereinigt werden kann. Dieses Zubehör ist hauptsächlich für Team erstellt. Vielen Dank an die Armlehnen und auch die gerne weiche Sitzpolster sitzt Ihr Kind bequem und auch sicher. Bei 1,5 kg ist das Gewicht des Modells in das Basissortiment. Dieses Kindsitz-Upgrade wird unter den günstigsten auf dem Markt geschätzt und ist auch in der Gunst der Verbraucher. Zusätzlich eine attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis markieren zahlreiche Einzelpersonen die hohe Maß, Ansitz, Komfort und unkomplizierte Handhabung des Designs. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere List Nummer 3 Barbie Blume Kindersitzerhöhung mit Isefix Der Autositz von Barbie Blume erfolgt in edlen Grau, wobei die Abdeckung leicht entfernt werden kann. Das atmungsaktive Material ist absolut geeignet für die Reinigung, Waschmaschine, wobei solltest du wie ein Programm für pflegeleichte Wäsche. Dieser Autositz rät den Hersteller vor allem für Gruppe E. Die sanft unterstützten Armlehnen ermöglichen, Ihr Kind wird in einer komfortablen Umgebung um sicherzustellen, dass Reiten über weite Strecken kein Problem darstellt. Mit einem Gewicht von 2,2 kg ist die Version größer als typisch und daher ziemlich viel weniger wendig. Nummer 2 SAFETI 1ST Mange Autositzerhöhung Das Modell ist für Gruppen E und I sowieso mit für Kinder, die Bewertung von weniger als 36 kg hergestellt. Die funktionale, flachen Armlehnen bieten noch mehr Komfort als auch Sicherheit. Die Abdeckung besteht aus langlebigem Polyestergewebe, kann mit ein paar Angebote mit entfernt werden. Er ist waschbar bei 30 Grad Celsius. Vor allem aufgrund seines geringen Gewichts, die Kindssicherheitssitz man von Sicherheit und Geborgenheit erste überprüft, um vor allem funktional sein. Wir empfehlen dieses D-Signals allrunde und kompliziert und sicher. Und die Nummer 1 unserer Liste Pitex 44.430.013 Kindersitzerhöhung Max 100 Ritte Der Autositz von Pitex mit schwierigen Kunststoffgern kommt in die Verständnis Farbmischung schwarze wie umweltfreundliche. Laut Hersteller ist das künstliche Fasermaterial atmungsativ, sehr leicht, ordentlich und schwer entflammbar. Die Abdeckung kann werden entfernt sowie bequem in der Waschmaschine bei 30 Grad Celsius gereinigt. Das D-Signal ist für Team E konzipiert und eignet sich auch ideal für Team E. Nachfolgend in diesem Vergleich und auch Kaufübersicht finden Sie eine Erläuterung dieser Aufgabe. Für mehr Informationen Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.